Hallo, herzlich willkommen zum Podiumsgespräch 30 Jahre danach. Die drei Autoren, die heute hier dank einer sehr guten WLAN-Verbindung miteinander verbunden sind, haben, obwohl sie in verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Sprachen groß geworden sind, mindestens drei Dinge gemeinsam. Sie sind erstens Männer, sie sind zweitens in einem Land groß geworden, in einem kommunistischen Land, das es so heute nicht mehr gibt, und sie sind drittens Literaten, und zwar Literaten, die hochpolitisch sind, nicht nur sie selbst als Person, sondern auch ihre Literatur, und dass in den Ländern, in denen sie vor allem publizieren, nicht unbedingt nur Applaus hervorruft. Herzlich willkommen, Ariane Leker, Andrei Nikolaides und Sergej Lebedev. Drei Jahrzehnte sind vergangen seit dem Zerfall der Sowjetunion, dem Ende des Enverhoja-Regimes in Albanien und der blutigen Auflösung Jugoslawiens. Für die meisten 30-Jährigen in Deutschland dürften die Namen Tito, Enverhoja oder Stalin erklärungsbedürftig sein und die sozialistischen Experimente dieser drei Staatsoberhäupter nicht minder. In der Regel kommen diese Regionen in hiesigen Nachrichten auch nur dann vor, wenn wieder irgendwo Mord und Totschlag passiert ist. Dabei haben die Entwicklungen in diesen Regionen durchaus Auswirkungen auf die Gesellschaften im Rest Europas. Das Bild in diesem Westen ist aber immer noch eines, dass die im Osten die anderen das andere sind. Also Gesellschaften, die hinten dran und noch viel nachholen müssen. 1997 legte die bulgarische Historikerin Maria Todorova ihr Buch »Die Erfindung des Balkans – Europas bequemes Verurteil« vor. Bis heute genießt das Werk zwar sehr hohes Ansehen, wird von denen, die sich mit der Region beschäftigen, oft zitiert. In Deutschland ist es im Übrigen seinerzeit in einem sehr kleinen Verlag erschienen. Das Interesse war also auch schon damals in den frühen 90er Jahren nicht größer, als es jetzt ist. Wir wollen heute mit diesem Podium versuchen, vielleicht so eine Art Update von diesem Buch zu machen. Die Fragen zu diskutieren, was ist in diesen Regionen seitdem eigentlich passiert? Welche Folgen haben die kommunistischen Experimente bis heute auf die Gesellschaften? Wie hat sich der Blick, wie hat sich das Verhältnis zwischen den politisch mächtigen Zentren des heutigen Europas zu den an ihrer Peripherie liegenden Menschen verändert? Ich muss vorab schicken, dass ich seit Jahren immer wieder auf den Umstand verweise, dass man, wenn man in einem fernen Land was hören möchte, weil da gerade was Schlimmes passiert, immer gern Schriftsteller befragt. Warum eigentlich? Man erhofft sich von Ihnen die Wahrheit, die einem Politiker oder andere Teilnehmer dieser Gesellschaft irgendwie nicht so richtig geben können, glaubt man zumindest. Warum ist das eigentlich so, wo doch Autoren bekanntlich eben nicht die Wahrheit sagen, sondern Geschichten erfinden? Wir wollen also auch der Frage nachgehen, welche Rolle die Literatur in diesen Regionen spielt, um die es geht und gespielt hat. Ich darf Ihnen jetzt die drei Autoren kurz vorstellen. Arjan Leka, 1966 in Dures in Albanien geboren. Er hat also den real existierenden, zumindest albanischen bzw. enwa-hodgerianischen Weg des Kommunismus selbst doch ziemlich lange noch erlebt. Er hat seine Jugend in dieser Zeit verbracht. Er ist Schriftsteller, er ist Dichter, er ist Essayist, er ist Autor wissenschaftlicher Aufsätze, er ist promovierter Albanologe. Das Thema seiner Doktorarbeit ist auch das einer Monografie, die er veröffentlicht hat über die verborgene avantgardistische Literatur, den Modernismus in Albanien. In der Albanischen Akademie für albanologische Studien arbeitet er als Wissenschaftler und an der Universität der Künste in Tirana ist er Dozent. Er wurde vom albanischen Kulturministerium mit etlichen Preisen ausgezeichnet, auch von anderen. Er wurde in verschiedene Sprachen übersetzt, seine Erzählungen erschienen in internationalen Anthologien und Zeitschriften und außerdem hat er diverse literarische Programme und Literaturfestivals gegründet. Nebenbei ist er auch noch klassisch ausgebildeter Flötist und Übersetzer aus dem Italienischen. Auf Deutsch ist von ihm der Essay Enver und sein Paradies 2015 beim Antea Verlag erschienen, übersetzt von Loretta Schillock. Er beschäftigt sich darin mit dem Verhältnis zwischen dem Balkan und Europa. Herzlich Willkommen, Ariane Leka. Andrei Nikolaides ist in Sarajevo 1974 geboren, 1992 mit seiner Familie nach Montenegro emigriert, woher der Vater stammt. Er wurde bekannt als scharfer Kommentator politischer Entwicklung, als Schriftsteller, als Kolumnist, Essayist und politischer Berater, der er von 2009 bis 2014 in Montenegro war, und zwar Berater des Sprechers des Montenegrinischen Parlaments. Seine Erzählungen gewann den Europäischen Literaturpreis und den Mescha Selimovic-Preis in Bosnien und wahrscheinlich noch viele andere. Seine Romane sind in zahlreichen Sprachen übersetzt. Auf Deutsch ist Der Sohn, Die Ankunft und Der ungarische Satz erhältlich. Alle erschienen im Verlag Wohlan und Quist in der Übersetzung von Margit Jugo. Er beschäftigt sich unter anderem mit den Flüchtlingsbewegungen als kontinentales Ereignis oder auch mit dem einfachen Leben auf dem Balkan, das ganz einfach immer in Beziehung zu dem im restlichen Europa steht. Herzlich Willkommen, Andrei Nikolaides. Sergej Lebedev ist 1980 in Moskau geboren. Er ist Journalist, er ist Autor, er ist aber auch Dichter und Essayist. Er hat ursprünglich Geologie und Journalismus studiert. Seine Romane sind in viele Sprachen übersetzt worden. Der Himmel auf ihren Schultern, Kronoskinder oder auch Menschen im August sind auf Deutsch alle im S. Fischer Verlag erschienen und übersetzt von Franziska Zwerg. Auch er hat diverse Preise und Stipendien bekommen, meistens davon nicht in Russland. Er lebt immer wieder, auch in Deutschland, auch zurzeit ist er nicht in Russland. Wir sehen ihn zumindest jetzt gerade nicht in Russland. Noch ein Wort zu seinem Roman insgesamt, denn das ist sehr auffällig, weil sein Gegenstand in all seinen Romanen ist eigentlich immer, zumindest auf der Oberfläche, die sowjetische Vergangenheit. Und mit dieser Vergangenheit natürlich immer vordringend in die Gegenwart. Herzlich Willkommen, Sergej Lebedev. Herr Lebedev, ich stelle Ihnen die erste Frage. Ich habe es schon angedeutet, Sie haben als junger Mann, als Jugendlicher fast, es Ihren Eltern gleich getan, die nämlich Geologen sind oder waren und Sie haben auch im Boden rumgegraben und dabei sind Sie auf Geschichte gestoßen. Und diese Schichten, die Sie im Boden gefunden haben, legen Sie seitdem in Ihren Geschichten, in Ihren Romanen frei. Sie betreiben sowas wie literarische Archäologie. Auf was sind Sie denn da gestoßen als erstes, was Sie dazu veranlasst hat, darüber einen Roman zu schreiben? Ich habe als Geologe acht Jahre im hohen Norden Russlands verbracht. Ich sah die Straflager, hier mir das, was von Ihnen übrig geblieben ist, was aus dem menschlichen Gedächtnis praktisch hinausgeschmissen worden ist. Und warum ist es Ihnen so wichtig, dieses Thema nochmal zu bearbeiten? Diese, wie Sie ja beschreiben, zugeschütteten Schichten und vielleicht auch noch die nachgeschobene Frage, wer vergisst denn? Also es ist ja so, dass die Geschichte des Gulag, der große Name Alexander Solzhenitsyn würde einem da einfallen, ja durchaus beschrieben hat, die Weltöffentlichkeit damals zur Kenntnis genommen hat, dass es dieses Gulag-System gab. Was ist Ihre Motivation, jetzt sozusagen die einfach sehr lang zurückliegenden Schichten doch nochmal auszugraben? Worum geht es Ihnen dabei? Wissen Sie, die ganz große russische Lagerliteratur endete im Grunde damit, dass der Mensch aus dem Lager kommt und es hinter sich lässt. Mich jedoch interessierte, was danach geschieht, wie er weiterlebt und wie diese Lagererfahrungen den nachfolgenden Generationen weitergegeben werden bis in die heutige Zeit. Können Sie das ein wenig konkretisieren? Welche Auswirkungen hat denn der Stalinismus, hat das Gulag-System und das Vergessen dieses Systems auf die heutige russische Gesellschaft? Ich denke, dass dieser Einfluss vor allem nicht mit dem Gulag-System als solchem zusammenhängt, sondern mit dem, was nach ihm geschah, mit der absoluten Straflosigkeit der stalinischen und sowjetischen Verbrechen insgesamt. Denn in Russland ist eine seltsame Sache geschehen. Wir haben Millionen Opfer, die offiziell als solche anerkannt wurden, aber nur eine vage Vorstellung davon, welches Verbrechen diesen Menschen gegenüber eigentlich begangen worden ist. Dieses Verbrechen wird de facto neutral bezeichnet, Repressionen. Und am Ende haben wir keinerlei Verbrecher. Paraphrasiert man Dostoyevsky, so könnte man sagen, wir haben Verbrechen ohne Strafe. Und übrigens auch ohne Verbrecher. Das heutige russische Regime, das autoritäre Regime Wladimir Putins, ist gerade deshalb möglich geworden, weil die Gesellschaft keinerlei Forderungen nach Gerechtigkeit und Verantwortung stellt, nach der Verantwortung der Machthaber für ihre Taten und Missetaten gegenüber den eigenen Bürgern. Erinnern wir uns, dass zur Zeit des Krieges in Jugoslawien auch in Russland ein Krieg in Tschetschenien geführt wurde. Doch wenn für Verbrechen während der Kriege in Jugoslawien immerhin einige Personen zur Verantwortung gezogen wurden, so hat für den Tschetschenien-Krieg niemand Verantwortung tragen müssen. Schlimmer noch, nicht einmal die russische Opposition stellt diese moralische, sittliche Frage. Eine Nachfrage dazu. Machen Sie dafür dann auch die europäische, die internationale Öffentlichkeit verantwortlich oder sehen Sie die auch in der Verantwortung etwas zu tun? Im Falle Jugoslawiens zum Beispiel gab es ja lange bevor in den Ländern selbst Gericht gehalten worden ist zu Kriegsverbrechen, gab es das internationale Tribunal. Wäre sowas notwendig gewesen, auch im Falle der Kriege, die Russland geführt hat, zu machen? Wenn wir von den 90er Jahren von Tschetschenien-Kriegen sprechen, die zeitlich mit dem Zerfall Jugoslawiens zusammenfallen, so hat es gewiss eine internationale Verantwortung gegeben, ohne Frage. Man hat jedoch Jelzin viel zu viel durchgehen lassen. Man verzieht ihm die nicht vollzogene Loslösung vom Kommunismus, man verzieht ihm die Kriegsverbrechen der russischen Armee in Tschetschenien, man verzieht ihm die unterlassene Reform der Staatssicherheit, weil man meinte, Russland befände sich bereits auf dem Wege der demokratischen Entwicklung und man sollte ihm nicht allzu viel abverlangen. Doch es stellte sich heraus, dass dieser Weg nicht zur Demokratie führte. Und der Augenblick, als man auf Russland, gerade in den 90er Jahren, während der Wirtschaftskrise durchaus effizient hätte Druck ausüben können, diesen Augenblick hat man fatalerweise verpasst. Sie haben ja auch Spuren Ihrer eigenen Familie gefunden, während Sie da so gegraben haben in den Schichten. Ist denn tatsächlich auch innerhalb der Familien das Schweigen über die eigene Verstrickung in die Verbrechen immer noch so groß wie, sagen wir mal, vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion? Ich denke, die Situation ist ungefähr dieselbe geblieben. Denn in den 30 Jahren seiner Existenz hat Russland eine Menge neuer Verbrechen begangen, die mit der sowjetischen Epoche direkt nicht zusammenhängen. Aber diese Verbrechen werden nicht diskutiert. Weder in der Gesellschaft noch in der Presse und schon gar nicht von allen. Und dieses Schweigen, diese Verantwortungslosigkeit bestehen unvermindert weiter. Vor wenigen Jahren, als aus der Ostukraine Leichen von russischen Soldaten, die es dort angeblich gar nicht gegeben hat, die in den Kämpfen gegen die ukrainischen Streitkräfte gefallen sind, zurückgebracht wurden, beerdigte man sie anonym, ohne Nennung von Namen. Ihren Familien wurde Schweigegeld gezahlt, damit sie nicht weitererzählten, wo ihre Angehörigen den Tod gefunden hatten. Das Entsetzlichste, auch das Spannendste war, dass die Familien es akzeptierten. Sie waren damit einverstanden, das Schweigen über die Ursache des Todes ihrer Angehörigen zu bewahren, darüber, dass sie in einem illegalen, aggressiven Krieg gegen die Ukraine gefallen waren. Herr Lebedev, nochmal meine Frage vom Anfang. Warum haben Sie entschieden, diese Geschichte, diese Geschichten in Romanform zu schreiben und nicht in Form eines Sachbuchs oder auch in Form journalistischer Reportagen oder Essays? Warum die Fiktion? Die Antwort ist simpel, weil es in Russland in Wirklichkeit keine Vergangenheit gibt. Es gibt das Fehlen der Vergangenheit. Es fehlen Zeugnisse, Dokumente, es fehlen Schlüsselzusammenhänge und das Verstehen, es fehlen Archive beziehungsweise Zugänge zu Archiven. Diese Verbrechen wurden vor vielen Jahren begangen, doch sie werden gehütet und verteidigt. So, als hätte man sie erst gestern begangen. Und deshalb ist die einzige Position, die es ermöglicht, Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden, die verlorengegangenen Zusammenhänge wiederherzustellen und die Stimme denen zurückzugeben, die nicht mehr da sind. Eher die Position des Schriftstellers als die des Forschers oder des Journalisten. Und eine letzte Frage. Werden Ihre Bücher von Ihrer Familie zum einen gelesen, zum anderen in Russland? Und ich habe gelesen, dass Sie zumindest bei einem Roman doch größere Schwierigkeiten hatten, den in Russland zu verlegen oder einen Verleger zu finden, das ist nämlich Menschen im August, ist das nach wie vor schwierig oder, weil sie werden ja verlegt in Russland, hat sich da was geändert oder ist das eigentlich total entkoppelt, das was sozusagen in den Literaturbuchhandlungen liegt oder auch in Deutschland erscheint und das politische Geschehen? Unsere heutige Regierung misst der Literatur natürlich nicht so viel Bedeutung bei, wie es in der Sowjetzeit der Fall war. In literarischen Büchern kannst du überhaupt schreiben, was du willst. Doch bei bestimmten Themen, wie dem Tschetschenienkrieg, lassen sich nicht so schnell und nicht so einfach Verleger finden, denn es gibt eine Art schwarze Liste für Themen, die nicht direkt unerwünscht sind, aber jedermann versteht, dass es sich über sie zu schreiben nicht lohnt. Außerdem muss man natürlich wissen, dass sämtliche Großmedien, wichtigste Zeitungen und Fernsehkanäle auf diese oder jene Art und Weise meist direkt vom Staat kontrolliert werden. Ist man also ein unabhängiger Schriftsteller mit eigener Sicht auf die Dinge, wird man es schwer haben, die Leserschaft zu erreichen, die Menschen einfach darüber zu informieren, dass es einen gibt, dass man irgendwelche Bücher schreibt, dass sie sehen und fühlen, wie weit sich die russische Literatur von der harten und grausamen Wirklichkeit entfernt hat, in der sie leben. Für sie sind Texte, die die Wirklichkeit in die Literatur zurückholen, von großer Wichtigkeit. Danke, Sergej Lebedev, für die Einsichten. Herr Leker, Sergej Lebedev hat ja gerade gesagt, dass das, was ihn interessiert, die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart ist. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, ein total aktuelles Beispiel, in dem man die Verbindung zwischen Gegenwart und Vergangenheit oder andersrum ganz gut sehen kann, dass die immer noch auch auf dem Balkan extrem präsent ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber vor einigen Tagen ist der sehr berühmte Sänger und Poet Georgi Balashevich aus Novi Sad gestorben. Er war natürlich eine Legende, er war ein jugoslawischer, jugoslawisch denkender, Dichter oder Künstler. Er stand jedenfalls auch für diese Idee. Und eigentlich war er noch nicht so richtig über die Donau geschippert worden und beerdigt worden, als schon zumindest in den sozialen Medien große Debatten entbrannten, darüber, dass nun Georgi Balashevich gar nicht so ein toller Jugoslave und Multinationalist und Antirassist war, weil er sich nämlich, so haben das Leute ausgegraben, ziemlich abschätzig bis rassistisch über die Albaner im Kosovo geäußert haben soll. Die Frage wäre, wenn Sie die Debatte mitbekommen haben, die ja dann schon wahnsinnig groß geführt worden ist, nämlich haben wir es mit einem postjugoslawischen oder einem jugoslawischen Postkolonialismus zu tun und mit einem albanischen Antikolonialismus, da sind die Debatten mit ziemlich großen Begriffen um sich geworfen worden. Wenn Sie die Debatte verfolgt haben, ist das eine Debatte, die tatsächlich so auf dem Balkan auch noch stattfindet, dass eben sobald es um etwas geht, ich habe vergessen zu erwähnen, dass eben, das wäre ja alles nicht sonderlich diskussionswürdig, wenn nicht quasi in ganz Jugoslawien Leute sich versammelt hatten, spontan, um diesem Verstorbenen zu gedenken, von Split über Sadajevo, Belgrad, überall standen Leute und haben Lieder gesungen und ihn geehrt, aber es gab dann eben Widerspruch. Ist es so ein Moment, der bezeichnend ist für die Diskussionslage oder auch für die Gefühlslage auf dem Balkan, dass es immer wieder, dass es eben keine, zwar eine gemeinsame Vergangenheit gibt, die aber immer noch wahnsinnig umkämpft ist? Ja, dank meiner Freunde im ehemaligen jugoslawischen Raum, heute aufgeteilt in mehreren Nationalstaaten, habe ich die Debatte um Balashevich nach seinem Tod verfolgen können. Meine Freunde schickt mir Internetlinks zu berichten, durch die ich erleben konnte, wie ein Mythos der jugoslawischen Kultur plötzlich in seiner Gesamtheit beleuchtet wird, mit dem Tod als einem Moment des Lichts, das die dunklen Seiten dieser Persönlichkeit zum Vorschein bringt. Ich habe mit großem Interesse verfolgt, wie unterschiedlich Menschen darüber denken, 30 Jahre nach der Auflösung Jugoslawiens, das wir in dieser Runde Archipel Jugoslawien nennen. In Bezug auf dieselbe Person sind zwei gegensätzliche Lager entstanden. Die einen fordern den ethischen Puritanismus, die anderen dagegen sind bereit, einen Autor, in diesem Fall Balashevich, zu entschuldigen, nach dem Motto, der Tod ist ein goldener Sargdeckel und über Tote lästert man nicht. Damit wird versucht, den alten Mythos in erneuter Form hinüber zu retten. Es war für mich sehr interessant zu sehen, wie eine andere Kultur mit diesem Phänomen untergeht. Der Feltschung der Vergangenheit bei so grundsätzlichen Themen wie Hassschüren gegen andere oder Phobien konstruieren durch neue Formen des Rassismus. Ich konnte verfolgen, wie Jugo-Nostalgiker dem Autor Balashevich alles verziehen, die verächtlichen Worte gegen die Albaner und manchmal Slowenen, mit dem Argument, dass Sarkasmus und Ironie zu den erlaubten Stilmitteln gehören. Oder dass diese Äußerungen, die er seinen Charakteren in den Mund legte, nicht seinen eigenen Überzeugungen entsprachen. Aus meiner Sicht ergeben sich zwei Schlussfolgerungen. Meine Haltung gegenüber diesem Phänomen lautet, unsere postdiktatorischen, posttraumatischen Gesellschaften in dieser Transitionsphase sollten der Hasssprache eine Zwangsjacke überziehen, wie man das mit Geisteskranken macht. Stattdessen wird nur ein Airbag eingebaut, um den Aufprall abzumildern. Ich meine, dass egal wie groß der Name ist, egal wie groß das Verdienst zur Volkserziehung in Sachen Kunst, Kultur, und Humanismus ist, müssen wir jede Persönlichkeit im Lichte der Wahrheit und der Fakten betrachten. Das sind ja wahnsinnig schöne Bilder, aber was genau ist denn, wie könnte denn so ein Airbag aussehen? Was wäre denn der Airbag? Ich möchte meine Ausführung mit den zwei Metaphern mit Verlaub abschließen. Ich erkenne, dass unsere Gesellschaften, die seit 30 Jahren bestrebt sind, Mythen und Kulte einzureißen, es gerade mit einer Neuauflage des alten Mythos zu tun bekommen. Das ist eine Herausforderung. Sie stehen vor dem Dilemma, sich auch diese vorzunehmen oder sie wie ein Kulturdenkmal zu behandeln, zu bewahren und zu beschützen. Eigentlich betrifft diese Herausforderung nicht den Mythos selbst. Balashevich würde so oder so nichts verlieren. Aber für unsere Gesellschaften ist das ein Indiz, dass es mit der Demokratie nicht sehr weit her ist, dass sie nicht so weit sind, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, egal wie groß die Persönlichkeit ist, um die es geht. Um die zwei Metaphern mit der Zwangsjacke und dem Airbag etwas näher zu erläutern, diejenigen, die die absolute Wahrheit und Gerechtigkeit suchen, wollen den Mythos mit seiner Hasssprache entwaffnen. Während die anderen versuchen, den Mythos, der über die Kunst bis zu uns gereist ist, leider eine häufige Erscheinung von Russland bis Jugoslawien, die Kunst als Propagandamittel zu missbrauchen, den Tod zu ersparen oder zu verlangsamen, indem sie zwischen Mythos und Realität einen Airbag einbauen. Als würde dem Autor Balaschewitsch sein menschliches, reales Leben nicht reichen, in welchem er auch unter Benutzung von Hasssprache seine literarischen Leistungen erbrachte, wird für ihn gerade ein zweites Leben durch die Airbag-Methode vorbereitet, diesmal ein ewiges. Ich glaube, dass unsere Gesellschaften dringend eine Selbstreinigung brauchen, auch bei großen Namen und Persönlichkeiten, die zwar Werte geschaffen haben, aber in bestimmten Lebensabschnitten den Kompass des Humanismus verloren und Hass geschürt haben. In solchen Fällen dürfen wir mehr als großzügig sein. Wir müssen gerecht sein. Es gibt eine These in der Ideengeschichte, die sich gut für die kommunistische Welt eignet und die lautet, die Vergangenheit ist unberechenbarer als die Zukunft. Gemeins sind die Biografien der Menschen, ihre Taten, ihre Vergangenheit. Darüber werden wir uns viel eher wundern, als über das, was die Zeit bringt. Für Albanien bleibt das Thema der ethischen Bewertung der Vergangenheit, vor allem der Geschehnisse während des kommunistischen Regimes, bis heute, 30 Jahre nach dem Sturz der Enver Hoxha-Statue, präsent, wenn auch nicht in ausreichendem Maße. Und eben in der Realität, e.g. die Schmäris-Schiptare, 30 Jahre nach dem Sturz der Enver Hoxha-Statue. Vielleicht kommen wir ein bisschen konkreter noch mal auf die albanische Situation zu sprechen. Albanien unter Enver Hoxha war ja durchaus ein bisschen auch was anderes als Jugoslawien. Die Frage ist, Sie haben in diesem Essay Enver und sein Paradies, das auf Deutsch erschienen ist, beschreiben Sie so hübsch, dass Sie ja Ihre Jugend eigentlich eben in dieser Diktatur verbracht haben, also im Wesentlichen aufgewachsen sind unter diesem doch ziemlich verrückten und ziemlich harten Regime und dann aber ja quasi die Öffnung erlebt haben, eine große Euphorie, die dann auch stattgefunden hat. Meine Frage ist ganz einfach, ob von dieser Euphorie damals, also Post-Enver Hoxha, heute noch etwas übrig geblieben ist und wenn ja, in was die sich verwandelt hat. diese Frage umfasst eine große Zeitspanne. Von meiner Jugend bis zum Sturz der Enver Hoxha-Statue, für mich das Symbol der Angstherrschaft. Über dieses Thema habe ich ein Buch geschrieben, ein Fakt-Fiction- oder Doku-Fiction-Werk, erschienen in Berlin unter dem Titel Enver und sein Paradies. Anfang der 90er Jahre war ich ein junger Mann, Mitte 20, lebte noch bei meinen Eltern in Dures, ohne familiäre Pflichten und mit viel Zeit für Beobachtungen. In dieser Zeit, während der Jugoslawien-Kriege, geschah es, dass zum ersten Mal in Dures der jugoslawische Menschentypus auftauchte. Der Menschentypus also, der in meiner Vorstellung den Westen verkörperte. In Albanien, vor allem in Dures und in anderen Küsten- und Grenzstädten, lebten wir zwischen zwei westlichen Welten. Einerseits der westliche Westen, der gemäß der geografischen Richtung Italien entsprach, andererseits der Alternative, der andere Westen. Das war für uns Jugoslawien. Letzteres erreichte Albanien durch seine kulturellen Produkte, durch seine kulturellen Exporte. Es war erstaunlich, damals in den frühen 90er Jahren und dann noch einmal 1999 mit dem Kosovo-Krieg, als der jugoslawische Menschentypus nach 70 Jahren nach Albanien zurückkehrte. Für mich ein äußerst interessantes Beobachtungsobjekt dieser Mensch, dessen materielle Produkte wir kannten, alltägliche Gegenstände wie der Kühlschrank der Marke Obodin, TV-Programme oder Musiksendungen. Nur ihn selbst nicht. Um einen Begriff von Todorova zu verwenden, war das Land in seiner imaginären Geografie in Zonen der italienischen Hitparadesendung und Zonen der jugoslawischen POSDRAV-Sendung aufgeteilt, die miteinander konkurrierten. Es war trotzdem eine virtuelle Realität, die die Albaner wahrnahmen, die aber mit der politischen und wirtschaftlichen Realität Jugoslawiens nichts zu tun hatte. Jugoslawien wurde hemmungslos idealisiert, zumindest so lange Tito lebte. Als Anfang der 90er dann viele Bürger ex-Jugoslawiens zu uns kamen, vertrieben durch den aufgeflammten Hass zwischen den Ethnien, durch den aufgelebten Nationalismus und durch die von Jugoslawien geerbten Probleme der Nachfolgestaaten, brachten sie nach Dures, dieser vorübergehenden Schutzenklave, ein anderes Bild von Jugoslawien. Das Bild von einem Archipel-Gulag, von einem Archigulag, mit. Bis dahin hatten wir einfach keine Chance gehabt, hinter den Vorhang des kulturellen Exports zu blicken. Wir wussten nichts von der Menschenrechtslage, vom Hass, von den politischen Gefängnissen. Und da erfuhren wir von diesem jugoslawischen Archigulag. Danke, Herr Leka, für diesen Einblick. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu Andrei Nikolaidis. Könnten Sie damit was anfangen? Würden Sie auch nicht Archipel-Jugoslawien sagen, sondern Archigulag als Bezeichnung für Jugoslawien, das Ehemalige? Möglicherweise aus der Perspektive der Menschen, die in der Immigration geboren sind, als politische Immigranten. Also möglicherweise aus der Perspektive der Kinder jener Menschen, die Jugoslawien verlassen haben, weil ihre Eltern auf der Seite der Kollaboratöre des faschistischen Nazi-Deutschlands standen. Das ist möglich, auch aus der Perspektive von liberalen Intellektuellen, wie etwa der große serbisch-jugoslawische Schriftsteller Boris Lavpekic einer war, der sein ganzes Leben in London in der Immigration verbracht hat. Aber ganz sicher nicht aus der Perspektive der Mehrheit der Bevölkerung Jugoslawiens. Davon zeugt die omnipräsente Nostalgie, die es im Raum des ehemaligen Jugoslawiens gibt. Eine Nostalgie nach der sogenannten Tito-Zeit. Wie wir wissen, verspüren die Menschen kein Bedürfnis, im Hinblick auf einen Gulag nostalgisch zu sein. In der Tat, das Tito-Jugoslawien hatte tausend und einen Fehler. Es ist ganz klar, dass es in diesem Staat keine politischen Freiheiten gab, die in westlichen Demokratien selbstverständlich sind. Es ist auch klar, dass es keine freie Presse gab. Und es gab auch keinen Wertekanon von Dingen, die selbstverständlich sind für die Bürger der westlichen Demokratien. Aber es ist auch wahr, dass diese Freiheiten auch vor 1941 nicht existiert haben. Man kann also dem sozialistischen Regime ankreiden, dass es diese Freiheiten nicht ermöglicht hat, aber keineswegs kann man ihm vorwerfen, diese Freiheiten abgeschafft zu haben. Denn, wie gesagt, es hat sie auch gar nicht gegeben. Die Menschen in Jugoslawien haben um einiges besser gelebt als zuvor in diesem Raum. Der jugoslawische Staat hat durchaus einige Dinge umgesetzt, die die Gesellschaft dem sogenannten westlichen Standard nähergebracht haben. Und zwar folgende. Es wurde eine Massenindustrialisierung umgesetzt. Das heißt, es wurden zahlreiche Industriebetriebe errichtet. Und eine Bevölkerung, die zuvor hauptsächlich landwirtschaftlich tätig war, zog massenhaft in die Städte und arbeitete zunehmend in der Massenproduktion. Parallel zur Industrialisierung fand auch eine Urbanisierung statt. Es entstanden Städte. Parallel dazu entwickelte sich die Säkularisierung des Staates. Das heißt, es wurde ein säkularer öffentlicher Raum geschaffen. Und parallel dazu wurde die Bevölkerung gebildet. Das heißt, im Schnitt war die Bevölkerung 1980 wesentlich gebildeter als noch 1940. Es konnte also auch eine Edukation der Bevölkerung bewerkstelligt werden. Nach blutigen Kriegen und nach dem Zerfall Jugoslawiens wurden alle diese Errungenschaften rückgängig gemacht. Die Städte wurden also bombardiert und sadistisch gequält, wie etwa Sarajevo, Dubrovnik, Vukova. Fabriken wurden zerstört und um sehr wenig Geld an neureiche und sogenannte Tycoons verscherbelt, die anstelle einziger Betriebe private Immobilien bauten, die für den privaten Verkauf bestimmt waren. Es fand also eine Deindustrialisierung und eine Deurbanisierung statt. Und darüber hinaus nicht nur eine Desäkularisierung des öffentlichen Raums, sondern auch eine Klerikalisierung desselben und schließlich wurden staatliche Universitätsstrukturen ebenfalls ausgehöhlt. Es entstanden Suspekte, private Universitäten, was zu einer De-Edukation der Bevölkerung führte. All das wurde von 150.000 Todesopfern begleitet. Also, das war meine Antwort, die einigermaßen Orakelhaft trinken mag. Herr Nikolaides, Sie haben einen großen Begriff schon genannt, nämlich den der Nostalgie, also in Antwort sozusagen in Ihrer ersten auf die Frage, ob man dieses ganze Gebilde als Jugogula sozusagen bezeichnen kann. Die Nostalgie, die Sie schon erwähnt haben, die sehr präsent ist mittlerweile in den ehemaligen Gebieten Jugoslawiens, hat aber sozusagen eine parallele Entwicklung, nämlich die Hypernationalisierung, die Sie ja auch gerade beschrieben haben. Wie geht das zusammen? Also, wie kann man einerseits sich nach einem transnationalen, kommunistischen, ich mache es jetzt bewusst bespitzt, einen Friede, Freude, Eierkuchen, Bild, was, nachdem man sich da ja sehnt, nach einem mehr Bildungsstandard, mehr Reisefreiheit, de facto eigentlich auch, wie kann man sich danach sehen und gleichzeitig innerhalb dieser Gesellschaften so einen irren Nationalismus entwickeln? Der Grund ist, es fällt uns Menschen sehr schwer zuzugeben, dass wir in einem wichtigen Augenblick unseres Lebens bei einer wichtigen Entscheidung außerordentlich dumm agiert haben. Ist das auch der Grund, warum zum Beispiel auch nochmal ein aktuelleres Beispiel vor einigen Tagen hat, ich glaube, es war gestern, der kroatische Premier die sozusagen neue National- und Universitätsbibliothek, nicht eingeweiht, aber er sich daran erinnert, da ist es jetzt, glaube ich, fertig gebaut, er hat mit keinem einzigen Wort eigentlich erwähnt, dass diese kroatische Nationalbibliothek etwas ist, was vor allem unter den kommunistischen Herrschaften aufgebaut worden ist. Ist das, was Sie beschreiben, auch der Grund dafür, dass man natürlich total ignoriert und nicht nur vergisst, sondern richtig brachial eigentlich die Geschichte auszumerzen versucht, weil wenn man sich daran erinnern würde, dann müsste man vielleicht etwas anders reden. Genau so ist es. Es ist eine Tatsache, dass wir im ehemaligen Jugoslawien noch immer die Straßen benutzen, die in Jugoslawien gebaut wurden. Unsere Kinder besuchen Schulen und Universitäten, die im sozialistischen Jugoslawien errichtet wurden. Wir heizen mit dem Heizsystem, das im sozialistischen Jugoslawien aufgebaut wurde. Und offengestanden, diese postkommunistischen Eliten, die in allen Ländern des ehemaligen Jugoslawiens an die Macht gekommen sind, haben mehr oder weniger nichts getan, außer all das, was unsere Vorfahren im sozialistischen Jugoslawien gebaut haben, unter Anführungszeichen zu privatisieren, aber eigentlich zu verkaufen. Und was wirklich verwunderlich ist, in den 30 Jahren des Ausverkaufs ist es ihnen noch immer nicht gelungen, alles zu verkaufen, was im Laufe von 40 Jahren des sozialistischen Jugoslawiens aufgebaut werden konnte. Vielleicht noch mal gegen Ende ein Wort zur Sprache. Die Sprache im ehemaligen Jugoslawien war sich ja in, sagen wir mal, die Mehrheit der Leute hat sich sehr gut verstanden und tut es noch heute. Man nannte es serbo-kroatisch. Viel wurde nach 1991 in den Ländern dafür getan, dass diese Sprache ausgelöscht wird. Man hat versucht, eigene Nationalsprachen zu kreieren. Soweit mir bekannt ist, ist das aber nicht gelungen. Ist der Widerstand, den diese Sprache sozusagen dort gegen eine Nationalisierung, also könnte man das überhaupt so nennen, kann man an der Sprache sehen, dass das eigentlich nicht funktioniert, dieses Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens auseinander zu dividieren? Sie haben absolut recht. Es ist nicht zu leugnen, dass wir eine Sprache sprechen, die in diesem historischen Moment vier Namen trägt. Ich denke, das ist eine adäquate Lösung angesichts des politischen Kontextes. Ich denke nicht, dass es eine akzeptable Variante sprachlicher Gewalt geben kann und es hat sich herausgestellt, sie ist es in der Praxis auch nicht. Allerdings ist die Realität so, dass es unterschiedliche Staaten gibt. Es gibt eine Kriegsvergangenheit und ich denke, angesichts dieser politisch-historischen Situation ist das, was wir heute als Lösung haben, nämlich eine Sprache mit vier Namen, ganz und gar funktional. Es ist nicht ganz unüblich, dass Jugoslawien verglichen wird mit der EU oder bezeichnet wird als ein erstes Experiment dessen, was heute mühsamst wiederversucht wird, auf anderer Ebene, nicht unter kommunistischen Vorzeichen. Wenn man das so sieht und ich weiß nicht, ob Sie das so sehen oder auf welcher Ebene man das so sehen könnte, welche Rolle oder was für ein Signal ist das dann, wenn Großbritannien jetzt, wie es getan hat, ausgetreten ist, ist, dass der Beginn des Zerfalls der EU so wie mit dem Austritt Sloweniens das jugoslawische Gebilde auch ziemlich eigentlich sofort in sich zusammengefallen ist. Natürlich verstehe ich diese Parallele. Sie ist offensichtlich. Allerdings ist die Analogie nicht vollständig. Zum einen und zum anderen handelt es sich dabei um keinen logischen Beweis. Als Prototyp für die heutige Europäische Union könnte auch Österreich-Ungarn herhalten. Es gibt eine weitere wichtige Sache, die das sozialistische Jugoslawien von der Europäischen Union unterscheidet. Das sozialistische Jugoslawien ist nämlich auch als Resultat eines antikolonialen Kampfes entstanden, was die Europäische Union ganz und gar nicht ist. Die Europäische Union ist so ziemlich das Gegenteil davon. Die Europäische Union ist, bei allem Respekt, neben allem anderen auch ein Imperium. Jugoslawien war eine Gemeinschaft kleiner Völker, die bei jeder Konfrontation mit historischen Entwicklungen stets schlechtere Karten haben. Die Europäische Union dagegen ist eine Gemeinschaft großer Nationen. Es sind also die Interessen, die die historischen Prozesse diktieren. Das heißt, die Ähnlichkeiten sind offensichtlich, aber auch die Unterschiede. Ich kann nur sagen, ich wünsche der Europäischen Union niemals so ein Ende zu erleben, wie das Ende, welches das sozialistische Jugoslawien erlebt hat. Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, wenn man auf Jugoslawien guckt, auch in den Staaten, die mal Jugoslawien waren, wollen alle ausnahmslos in die EU, auch das Land, in dem Sie leben, Montenegro, würde nichts lieber tun, als am liebsten Morgen da reingehen. Ist es eigentlich, also natürlich, es soll jeder dahin, wo er hin will, aber die Frage ist doch tatsächlich, ob die Erfahrungen der Staaten, die in der Europäischen Union zuletzt dazu gekommen sind, vor allem in Osteuropa, hat es denen eigentlich wirklich was gebracht? Ist das eigentlich immer noch so wünschenswert, was die ökonomische, aber auch die politische Zukunft anbetrifft, dieser Region tatsächlich sich auf die EU auszurichten? Absolut, ja. Offengestanden, die politischen und intellektuellen Eliten der Länder in der Region haben derzeit kein anderes Szenario für ein Happy End anzubieten, außer einen EU-Beitritt. Ich würde sagen, für uns im ehemaligen Jugoslawien ist es viel wichtiger, die Werte der EU und der europäischen bürgerlichen Demokratien zu akzeptieren, als einen formalen EU-Beitritt zu vollziehen, ohne uns selbst helfen zu können. Und weiterhin, wie es in der EU selbst eingeschätzt wird, gesellschaftlich und politisch noch immer nicht wirklich bereit zu sein, diesem Klub beizutreten. Herzlichen Dank an Sie alle drei, Sergej Lebedev, Andria Leka, Andrei Nikolaidis, für Ihre Geduld, für Ihre Auskunftsfreude und an die Zuschauer natürlich, besorgen Sie sich die Bücher dieser drei Autoren. Es gibt natürlich viele, 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 aber diese drei sind es auf jeden Fall wert und verfolgen Sie Ihr weiteres Tun. Herzlichen Dank an Sie drei. jobs bis zum Schatellen bis zum sch Vay auf jeden Fall bis zum den Jan auf jeden Fall INK bis zum Untertitelung des ZDF, 2020